Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer weiteren Runde neu ähm, diesmal mit dem Special Guest, der da vorhin schon reingelabert hat und, äh, als KSG Brettschule vertreten Hallo KSG Jonas oder J.K.L.P äh, ne Dude wieder oder ne Dude und das bunte Schaf haben wir in meinem Team und als ganz besonderen Special Guest haben wir noch den KSG Umi-Lieber ja wow und es sieht sehr gut aus bei wem ist da so ein Echo weiß ich nicht gib mal ein Echo Echo das sieht sehr nach 5 gegen 4 aus kommt das denn was findet ihr auch, dass es sehr nach 5 gegen 4 aussieht in der Tat ja, das ist ein wenig, ein wenig ja, genau aber es ist ein Galio, der spielt, wenn ich mit dich da war oder? der Galio da? der Galio ist da, aber der Lord, äh, Wildium, der sechste ist nicht da dann hab ich jetzt vergessen, wer das war du bist der Tate? du bist der Tate? ja Dankeschön, deswegen bist du hier ja, ich weiß das ist der Grund äh, ich bin grad noch im Auswahlbildschirm Alex, der ist auch schon mal Achso, ja, wir sind auch noch im Ladescreen Alex ist so ein Hacker und warten jetzt alle auf den Galio die Zeit ist genau gleich nicht 3 Minuten verschoben er kann uns immer sagen du hast dich doch dank Master Darius geholt, Vincent ja, hab ich eben grad mal einfach gegönnt ich hatte die EP ok kannst du sie denn auch spielen? keine Ahnung, ich bin Richy McMoney Rich deshalb ihr Micks, alle haben sich verraten schon mal vollkommen schon Galio wir haben eigentlich angefangen mit Youtube uns gehört Youtube ja genau Richy das wisst ihr eventuell nicht aber Richy McMoney Rich alter, was ist das für ein Name? fuck also warten wir jetzt ernsthaft alle auf den Galio? heißt da grad so einer? der Kanal von Richy Dull heißt IJJ Fisch einfach mal abstecken er macht wundervolle Lieder das ist cool ja, ich bin wahrscheinlich ein Neger ganz ruhig, das wollen wir nicht gleich so oh mein Gott, das haben alle 100% außer Lord William & Me mein Usch ist ja dazu aber andere sind halt nicht ganz so offen die sehen ja Neger gleich wieder als Rassismus an als Beleidigung aber was ist das mit Negern? absolut keine Rassisten so und mein Besten Aufnahme hier ne sonst hätte ich hier schon ganz andere Sachen gesagt aber gut das das Wort ist einfach nur lustig ne ja, wenn ich das jetzt sagen würde ne also dann wär Polen offen ganz ehrlich und join, bitte join komm schon pam ich mag den join so geil äh pam, alter ich finde join sieht so geil aus du Keule wer hat Joints geraucht? nein der join von den äh äh von den Champs lalalala ich mag auch den Speedbuff ähm vielleicht wurde das erstmal nicht rein aber ja habt ihr gelesen hiermit wie teuer die Einkäufe waren für unsere tolle Option morgen? äh nein habe ich nicht gelesen von morgen auch sowieso woanders denn wir machen morgen in der Schule Samstag wohlgemerkt Alter das interessiert keinen Mann das interessiert keinen kannst aufhören ich kenne das dir überhaupt an was ist hier los? ne ne ich habe gerade gelesen wir haben 150 Euro Ausgaben jetzt so ok den kriegen wir niemals rein ja ey deshalb haben wir doch auch 128 Euro Gewinn das ist der Gewinn die Einnahmen sind ja irgendwie keine Ahnung müssten ja im Schnitt so 400 Euro sein also ich weiß nicht also ich weiß nicht man muss ja nicht gleich ne gut ist auch egal ist egal ist egal also konzentriert mal auf euer Spiel ich bin auch im Ladefliegen unterdacht ja ja genau ja ich weiß hab ich auch schon mal mehr boah ich mag die neue Club Dragon von hier mann das ist sehr also ich analysiere das ganze jetzt schon mal bisher ein sehr schönes Spiel schon das sind Darl fliegen Dragon auf der Bot Lane sieht man auch den Baron so fliegen echt? nein weil der auch fliegt das ist ein hässliches Würmchen ja mann was ich für ein Swag habe weil der wow das ist sehr unprofessionell jetzt hätten alle wieder von ich hab das auch hier ein bisschen Straßmusik ja 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 okay ja wie so eine Straßengang oh Galio ist hier ich weiß wir haben da sehr lange gewandert ja wir haben da sehr lange gewandert ich weiß wir haben da sehr lange gewandert ich bin ja auch gerade erst zwei Minütchen naja dann hab ich noch einen Niedel und es geht hier ich freu mich einfach mal schnell eine Tower wegpushen ja nur so lange keiner da ist ja was ich hab können oh guck mal oh oh was ist denn da passiert das ist ja ein Gegner oh 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 das ist gar nicht nur ein Soloport Scheiße wie er sich vor Ort keine Freude kann ich in Folge gleich versuchen zu hucken aber es scheint jetzt hätten wir diesmal Glück dass wir ausnahmsweise mal den FK nicht haben zwar die Gegner diesmal ja ja das habe ich ja schon angesprochen mal letztens naja komm schon als ich das wieder nicht angesprochen hat einfach mal eingehen und schön kommentieren geht's dir in der Beschreibung dazu liebe Freunde oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht glaube ich ja ich kann die Videos mal immer gucken Leute ich war auch immer einfach mal sie mit dem System später hallo ich meine ich bin jetzt drei Minuten ich bin schon bei Minute 15 ja echt Mann ich bin einfach ich bin einfach sag uns mal was passiert gewinnen also momentan habt ihr jetzt gerade in jeder Lane den ersten Turm aus einer Botlinik hey guckst du auch das richtige Spiel ich glaube nicht ich habe meine drei Minuten das wäre jetzt gerade bei mir angefangen aber vorher stand da einfach 15 Minuten da oben in dieser Zelle und ihr wart alle unsichtbar und seid irgendwo rumgerannt okay ja ruhig nochmal geiler Lock auf jeden Fall ich hab weil wir sind halt alle in Wisserville und jo ja mann wir sind alle so ein bisschen am hacken gerade hier und dann sind wir alle durchgehackt ja ja das ist unser Professioner Gewerker hey lol das rote Thema 2,4k Gold und das blaue 2,3 am Start was da los schlöse 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 ey leute wenn ihr das Video sieht man einfach googeln Carbunkel Schokolade oder nur Carbunkel keine Ahnung egal egal einfach mal suchen am besten wenn ihr was essen ich hab keine Ahnung worum es geht aber es ist bestimmt spannend ich würd's nicht machen glaub ich immer schön kurz bevor ihr irgendwas sagt so vertraut uns nicht so einfach vorne keine Ahnung nein ich weiß aber auch nicht wieso weil der Stimmenskiller alter ich mein jeder weiß gleichwerbung hin oder her ja aber es ist echt in Ordnung ne alter Carbunkel ist nicht mal ne Marke oder so da können wir ja gar keine Werbung machen naja wir machen ein bisschen für seine Videos du bist ja ein ganz schönes Basketballspiel musst du sagen letztes Mal haben wir ja ganz schön doll auf Insko21 für uns zu gewesen aber schon oder? das könnt ihr euch ja selber angucken Insko21 richtig cooler Kanal du hört mir ich mein ich spiel ja grad gegen Belger aber es könnte auch mal ne neue sein naja zwei Kanäle 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 Du kannst kein deutsch hin dabei Knäle Oh erstes Blut endlich Wann war das in welcher Klasse? Im Ende der Biene endet ein Knall Okay Punkt Das war sechste Klasse oder so oder? Na schade Ja Ich weiß nicht Ist auch egal Mann Nein vielleicht ist es gar keine Biene sondern ein Manuel Neuer Ja Wann ist alles Manuel Neuer? Nein Das heißt jetzt Weil wir im Stadion sind Das ist mal ne neue Jetzt lass dich verkacken Oh auf der Botte jetzt nie Ja ja Das ist mal ne neue Boah da hat er auch geflasht aber Vielleicht hat er geflasht Aber Vielleicht hat er geflasht Vielleicht aber auch Manuel Neuer Vielleicht aber auch Manuel Neuer Vielleicht aber auch Manuel Neuer Junge jetzt ist gut langsam wieder Nein es ist niemals gut Denn es ist Manuel Neuer Es wird schon wieder so geil Dass es schon wieder unwustig wird und so Nein wenn ich was erzähle wird es nie unwustig Ja Nein Wirds nur immer dümmer Irgendjemand macht es immer kaputt Irgendjemand macht es immer kaputt Irgendjemand macht es immer kaputt Kennt man ja Ja Und da ist der zweite Geld Oh schön Ah Au Oh Dank Master Darius Das packt aus Ja man Ich mein das könnte ja Dank Master Darius sein Vielleicht aber auch Manuel Neuer Oh Dank Master Darius hat gerade Kill gemacht Vielleicht hat Manuel Neuer Oh ich bin tot Ich bin so gut wie tot Oh ich bin bald auch nicht Ich bin bald 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 Alex du bist ja schon Minute 5 Werde ich die Kills in der Suche 7 kriegen Ähm ich glaube du kriegst nur ein Ich bin bald Ich bin bald Ich bin bald Aber ich glaube du guckst ein anderes Video Hm? Für was? Ich glaube du guckst ein anderes Okay ich hab dann Du hast beide bekommen? Ja hat er beide bekommen Ich bin bald 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 Ich muss mich auch mal backporten Auch wenn ich die beiden wirklich gerne mag Ey Jonas man du musst mir Mana geben Gib einfach ein bisschen ab dein Mann Du drückst einfach STRG alt S4 und dann Okay Dann ist es Was kann STRG alt S4 nicht? Das Programm schließen Ja? Ja. Ist doch lustig. Ja. Macht das Spaß. Ich kenn das nur mit STRG und ALT SK. Oder den FN, ich auch noch. Den machst du ja alles weg. Das wollen wir nicht. Hm. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Was kaputt machen ist nichts, ey. Ich... Ich... Schau mal auf meinen ADC, ne? Habt ihr wieder irgendeinen Filter bei YouTube? Oh, da ist das First Blood. Und das war sehr schön gespielt. Danke schön. Du bist ein bisschen zurück. Ich weiß, drei Minuten. Ich muss das ganz trotzdem analysieren. Ach so. Du musst meine Tonspur einfach um drei Minuten versetzen. Äh, das geht leider nicht, weil ich euch nicht auf verschiedenen Tonspuren aufnehme. Ist schlecht. Wäre auch unlogisch, wenn ich meinen Desktop auf... Ähm... Tut mir leid, Leute. Ich wünsche mir wieder ein bisschen. Echt? Echt? Ja, unlogisch gestorben. Vielleicht ist auch mal eine neue gestorben. Ja, Report. Vielleicht ist auch mal eine neue. Schon, oder? Aber... Ob das wir wissen ja nicht... ...wer unser Sekret denn ist. Ich meine, ihr sagt ja nicht. Es könnte Fun sein. Aber es könnte doch mal eine neue sein. Ja, genau. Ja. Mein Mann Neuer ist... Kommt mit mir. So. Ja. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr gemacht, Pink? Und das war's doch schon wieder für... Heute. ...diese Folge. Hör mal auf, mein Video zu beenden. Wir haben gerade erst angefangen. Will aufhören. Ich wollte das Video nicht beenden, Mann. Ne, aber Jonas! Ich wär für den Krieg gegen... ...und mein... Jo, hol mal hier Manuel Neuer ran. Manuel Neuer ist doch auf Broadland. Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Irelia. Vielleicht ist es auch Manuel Neuer. Vielleicht ist es auch der Gegner im Spiel TF einfach, Manuel Neuer. Und der ist einfach nicht da, weil er grad irgendwo... Weil er im Stadion nicht hier... ...sondern hier. Ich meine, wir könnten ja im Stadion feiern. Aber wenn wir jetzt hier zu Hause sind, dann bin ich nicht mit Manuel Neuer. Was? Ich bin Manuel Neuer. Aber Manuel Neuer. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber Manuel Neuer, warum bist du nicht Manuel Neuer? Das Video wird Manuel Neuer heißen. Definitiv. Ey, cool, Mann. Nein! 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 Stier! 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 Ey, Jordi, Mann! Jawohl! So alt er Weihnachtsel... Okay. Jordi, Mann! Das ist so dumm! Jordi, Mann! Das ist so dumm! Was schön! Jordi, Mann! Wurden die Ping-Symbole auch verändert? Mir ist aufgefallen, der Ping ist nicht mehr so krass laut. Oh, Mann! Kumpa geht übrigens auch mal eine sehr schöne Serum, ne? Die wurden nicht unbedingt gehen. Ja, also... Ich bin großer Frank-Mangrantel dort. Wenn sie ihn nicht kennt, hätte ich mir das schreckliche Kindheit. Der hat meine Kindheit geprägt. Mit dem habe ich auch seinen Bart. Oh! Oh! Gott, Mann! Wolf ist rand auf! Oh! Mann, mach die Place! Und, und! Quacka! Wieder! Ja! Ja! Das war's! Mann, warum hast du dich gemacht, der Ping? Okay! Mann, jetzt wurde ich getötet! Mann, du was! Ich hätte dieses Gespräch so oft gemacht, so... Minute 15, ey! Ihr müsst beide noch einen Trauer zerstören, alle, ne? Jaja, ich bin dabei! Guckt alle auf Mitteln, alle auf Mitteln gucken, alle auf Mitteln gucken! Oh! Oh! Auf Ansage! Ja! Toplane fehlt noch! Und wir müssen noch den zweiten Tower zerstören! Aber... Aber darf ich das nicht? Wir müssen noch den zweiten Tower zerstören! Ich glaub ich hab gerade den Gegner gedrückt! Vielleicht aber auch Manuel Neuer! Alter, irgendwie ist jetzt dann wirklich durch, Mann! Das Video wird definitiv Manuel Neuer heißen! Alter! Ist das dein Ernst?! Was war das? Was war das? Jetzt ist es wirklich abgedacht, stimmt! Und das reicht! Also, jetzt hab ich echt alles mehr dazu! Ich glaub ich kann das Video auch nicht mehr nach... Man hat es ja wieder geschafft! Sehr schön! Ja! Ganz schön, genau von dir! Das ist dein Hobby zu schlecht! Ja! Wir müssen noch einig sein! Man, Vincent! Ja, Jonas, ich kann auch nicht schneller gemachte fingen! Gemache fingen! Wie ist das zuvor? ich kann auch nicht schnell gemacht und das tut ich nicht mann bietet mich mal an ich kann den Abilities mehr hatte Oh Mann! ich war zu schlecht Wo ist denn der Galio? Weiß es zufällig einer? Er wollte mich nicht so rum das übersteuert hier gerade wieder alles Nachbarn regt sich auf Ach, die sehen ja das Video wird einfach so übersteuert sein durch das Ungeburle Das ist doch so, wir sind doch noch gleich drohlich Jetzt hauen wir nicht durch hier, noch sind wir recht ruhig Weil wenn das nicht richtig losgeht Ich meine, wenn wir alleine spielen Ich lo, das ist ne Aufnahme, deswegen sind wir so leiser Ach so, stimmt Wenn wir richtig losgehen, dann ist Polen offen Kann mir bitte jemand in der Botlin gleich bei ihm helfen? Ich sag schon was Na gut Oder Galio oder wer auch immer da ist Scheinbar sind alle da Läuft bei euch Na Geordi, Weihnachtself? Na? Ja klar Na du jetzt nicht da bist, mein Großherr Geordi, Weihnachtself Was ist das für ein Name? Das ist der neue Charakter bei Weihnachtsmann und Pokery Oh mein Gott Den gibt's schon, Mann, der heißt noch nicht Weihnachtself, Mann, der ist nur Geordi Geordi ist der nicht mehr wandeln kann, ne? Ja, und Geordi ist das Opfer Der Grantelbad ist der coole Ja, Grantelbad ist dein Megabike da Das ist halt illegal bei Weihnachten, deine Weihnachtsstadt ist immer so geil Illegal Ja Ja Ein Bike hat mich immer so Ich weiß nicht, das war ein Buch für mich so Ich wollte das aufhaben Dener hauseng, Lederjacke, dein geilen grün Das ist auch eng, allen anderen Sachen Oh mein Gott, oh mein Gott Ich finde den großen Geist immer noch so hässlich Das ist der große Geist, der ist doch jetzt diese Kröte, ne? Ja, genau Das ist doch voll schön, was hast du? Für sie ist dumm, dass auf jeder Länge ist diese Pfeile sind, in der sie Richtung man laufen muss Nö Ja, wo die Boden anguckt, dass wir so eine Pfeile in Richtung Mitte Teil für Realschüler Wo? 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 Fertig mit euch lebt 원�ier Seelen Echt? Sie sehe hier rein Ja Sie sind überall wie auf den Boden, immer so mit Pfeile Das ist mir nicht wahnsinnig MeistUM Ich glaube... Sind die auch auf der roten Seite? Auf der roten sind die nicht so doll auf der blauen Seite sieht man die besser Höhepro war, man sich auf beiden Seiten, sieht das eigentlich ganz gut Ja Ja, aber auf der roten sind die nicht so gehabt, finde ich Ja, man sieht sie aber trotzdem Ja Марiepend oft, denn nicht gesagt dass man sie bei Rot nicht sieht ja ganz gut ist er habe ich aber die ich bin aber aber ich kann auch nicht so stark auf jetzt finde ich ja aber trotzdem sind sie da ja sie sind aber sie fallen jetzt nicht so extrem stark auf der Sange hat es ein lustiges Muster schon oder muss ich mir mal angucken erst mal das ist das Muster hässlich aber das sieht nach wegen aus das Muster die Seiten und Sangen sind einfach genau gespiegelt glaube ich schon oder einmal gedreht und dann gespiegelt ja halt einfach einmal rumgedreht würde man auf der Midlane an einem Punkt bis drehen machte Fing halt ne oder wieder bei Minute 13 und ein sehr schöner Double Kill von Katarina in der Midlane Schleime und in Minute 14 sehr schön der Tower an der Top einweg gemacht und das ist schön gemacht Jungs das war früher mit dem Tower glaube ich oder? ja das war Minute 14 um macht den eh eh Mediface ja ganz lange gemacht Trash ist so mana-intensiv, ey. Hey, Geordi, man. Jetzt kein Recall, man. Wir nehmen uns jetzt Master Yi. Okay, der aufsteht's los. Trash ist wieder weg, man. Oh, cool, ich habe keine mana-Probleme mehr. Ich frage mich, woran das liegt. Ich frage mich nicht mehr rum auf den Boden, dem habt ihr die Antwort. Hm, ich denke, weil du neu bist. Weil ich was bin. Manu Neuer wisst. Ach so. Ich sag dir ja schon, das Video wird Manuel Neuer heißen. Dann kannst du nicht machen, man kann Manuel Neuer und verklag dich. Vielleicht ist es dabei kein Video. Nein, Manuel Neuer. Ist der besser, berühmter Fußball-Nationaltorwart? Oder was? Ist der besser, berühmter Fußball-Nationaltorwart? Ja. Ja. Als Video-Tiki. Ja. Oder an unserem großen Fidol. Ich hab's auch gut an. Wer wird bitte Manuel Neuer werden? Ich glaube, der ist hier so gut, Jonas. Hä? Alter, wer will Manuel Neuer werden? Bestimmt niemanden, aber man will vielleicht wie Manuel Neuer werden. Ich will später Manuel Neuer sein, wie ich groß bin. Alex, du hast nicht übrigens um drei Minuten gehört? Nein, das war Minute 18, wo der zweite Tower in der Bottling gefallen ist. Ah, ja, gut, Vollnung, ich hab' hier auch so'n bisschen Zeitverzögerung, musst du wissen. Nichts. 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 Aber in allen Lanes ist ein Tower weg. Nein, zwei. Ich hab' mir doch egal. Ich hab' nicht gesagt, dass es genau zwei in der Tat gesagt ist, es sind ein Tower jeweils weg. Können auch mehr gewesen sein. So. So. Jo, wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Yeah. Ich komm' auch in die Mitte hin, ne? Sehr rund, logisch. Yeah. Ich freue mich nicht auf morgen. Ich auch nicht. Wieso müssen wir Samstag nicht spielen, dass ich dich schlauße? Keine Ahnung, Mann. Gott sei Dank hab' ich vor dem Game noch auf Englisch geschaltet. Hab' ich vorhin noch auf Englisch geschaltet. Ja, der kommt doch leider auf Kahn. Wieso, gab's Kinder oder was? Nee, Quora. Klingt auf Deutsch auch ganz schön groß. Vierfach Tötung. Ich glaub' nicht, die spricht nicht so langsam, Alter. Doch. Vierfach Tötung. Vierfach Tötung. Vierfach Tötung. Vierfach Tötung. Jetzt übertreibst du aber. Vierfach Tötung. Übel bekimpft oder so. Oh, das geht nicht. Vierfach Tötung. Vierfach Tötung. So, Schlussworte. Wer möchte sagen was? Vierfach Tötung. 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 der Facebook-Seite verlinken.